Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde lol Mit Otis, Martin und Yannick und einem Random Und einem Random in der Mitte und ich spiel mal wieder Jungle Und Yannick schreit rum Das gehört jetzt zu jeder Aufnahme dazu Ja, dass du am Anfang Hallo schreist Ist auf jeden Fall gut Leute, ihr habt noch die Zeit, euch dieses Video anzugucken Und euch zu wünschen, dass ihr diesen Regenchen im Hauch haben würdet Was? Warte Das ist nicht erstanden, der Rest, aber das macht nichts Guck ihn dir an What the fuck Guter Regenschirm auf jeden Fall Das ist eine mobile Artillerie gegen den Regen, ja? Ja, du schießt den Regen ab Ja, man Ich hab grad eine richtig krasse Latenz Der schützt dich vor Swag Du bist einfach der Bubieste Knecht-Bubi aller Welt Ja Ein paar Minuten ist auch zum Glück der Upload vorbei Dann dürfte es eigentlich wieder gehen Das sind 5-6 Minuten, okay Äh, das müsste eigentlich gehen Wie geht's in 5-6 Minuten das Video grad hoch? Nein, nein, nein In 5-6 Minuten ist das Video, was ich gerade am Hochladen bin, fertig Also das, was ich gerade gefragt hab Ja Ja, aber ich hab's ja schon vor längerer Zeit angefangen hochzuladen Nicht das Video vom letzten Game Nein, nicht das Video vom letzten Game Das war ein Video, was ich heute Morgen aufgenommen hab Normalerweise dauert's eine Viertelstunde inzwischen Ah, okay, jetzt ist's zum Beispiel weg Perfekt Jetzt fertig Das waren keine 5-6 Minuten Okay, die Anzeige ist irgendwie komisch Es ist weg Ne, es ist jetzt in der Verarbeitung drin Jetzt kann ich's nämlich schließen gleich Und er ist wieder allein, allein Genau, jetzt kann ich's nämlich schließen Ohne, dass es irgendwie rumspackt Und schon ist meine Latenz wieder auf 23 statt auf 260 Das ist schon mal besser Also das ist besser? Ja Wenn die Verzögerung statt auf 260 auf 23 runter geht Ist das besser, ja? Das reicht schon, Martin Danke Ja, ja Was war das? Ich hab die Internet nachmachen Achso Okay So Was ist los? Und noch kein First Blood? Das geht ja gar nicht Echt mal, das spielt auch schon so 2 Minuten Was? What the fuck Was war das jetzt? Ja, der hat ja gar nicht halbes Leben weg Los, vernichte sie Vernichte sie alle Ey, ohne Server 2 gehen wir rauf, ne? Also ich will noch mal ein bisschen Crit reinhauen Na, komm nicht mehr Achso, du spielst ja im FDs, man Nicht mehr Nicht mehr Bei den Klappen, man Nicht mehr Ash Ich spiel nicht MF Was spielst du denn sonst? Cassiopeia mit MF-Skin? Nee, Skin mit Okay Warte mal, ich bereite mal hier 2 vor 2 vor, 3 zurück Klappen geht zu scheiße, Mann Was? Seit wann kann Rice was schmeißen? Äh, das ist ein Crew, das wurde geändert Wurde geändert Ja, die Nerven grad Ich komm gleich runter Siehst du jetzt einen Skillshot? Ja Ne, ich dachte das ist ein Anklick Er klickt auf den Boden Macht er ja im Endeffekt Also ich klicke bei meinen Skillshots auch nicht mehr Ich hab Smartcast Schade Dominik denkt einfach nur und er castet dann Ja Ja Ich denke halt ein bisschen langsamer Manchmal Ah Lalalalalalalala Kamö, du, jang, 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 jang Oh Mist, ich hab noch nicht genug um Level abzubekommen Ich muss auch kurz die Golems machen Sonst hab ich noch keinen Anker Oh, Digga, das wär so in seine Fresse geflogen Ich geh mal rein, ja, okay Ne, geh mal hier noch nicht, warte mal Eigentlich will ich mit so'n epischen Klatsch eröffnen Ja, ich bin knapp in der herankommen Mit so'n epischen Klatsch? Ja Ich bin auf dem Weg nach unten Ja, guck mal, wenn Dominik kommt, lass mal warten Ich geh mal einen kleinen Bogen und hoffe mal, dass sie mich nicht sehen Okay, sie sehen mich, das ist nicht gut Wo ist das Ward? Ja, hier ist das Ward Achso, nein, sehen sie nicht Ja, doch Egal, ich mach erst das Ward weg und dann komm ich nachher nochmal Den Ward Den Ward, das Ward Die Ward, der Ward RCS Ward Dem Ward Wardologie Die Lehre des Wards Genau Scientology, Wardologie Ich dachte jetzt eigentlich eher an die Szene von Spongebob mit Wombologie Bambo Ach, Wombologie war es Kann auch sein Komm schon, komm schon, du kriegst nie Fresse, oder? In die Schüsse Das war nicht ein Schuss, den du ihm gerade reingedrückt hast, oder? Also nicht nur ein Schuss, oder? Hat er Also dann wärst du mächtig Ja, ist auch genauso Guck Warte Das ist der nächste Schuss gewesen Oh, okay Der hat anscheinend null Leben, null Resistenz, nur null überhaupt was Nein, der kriegt einfach meine Crits ab die ganze Zeit Hä? Seit wann hast du Wenn du mit Double Up jemanden tötest in einer Einheit und der zweite Schuss auf einen anderen überspringt, dann crittet der Und der Ach Stimmt, wurde ja auch gerne Martin, ich komm übrigens mal hoch Shit Er stört, er stört Nein, wir sterben, wir sterben Geh auf Lucien, geh auf Lucien, geh auf Lucien Ja, ist halt Ja 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 Okay, der Flash war auch unnötig Ist der andere gestorben? Ja, der Rise ist gestorben, cool Ja, stimmt, 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 nein, fuck Ja, der Rise ist noch gestorben, ich hab noch meinen Bullet Regen angemacht Bullet Regen Oh, ich hab den kill bekommen, cool Ah, das geht schon, das geht schon Was hast du mir vorhin bei Penny gekauft habt? Mini Salamis Ah, das ist Placement, was soll das, wieso machst du Placement in meinem Video? Nein, das ist nicht Was redest du, Mann? Das ist so, als wenn er sagt, er hat sich ein Auto gekauft Hauptsache, Hä? Was ist Placement? Wenn man Werbung in einem Video macht Ich hab einen RIP, Alter Das heißt so wirklich, das ist, das heißt wirklich so Dominik, das heißt nicht Placement, Placement heißt einfach nur Du hast es gesetzt Der hat nichts für nichts Werbung gemacht Ja, das heißt eigentlich, es heißt ganz ausgesprochen Product Placement, das stimmt Digga, das heißt Produktplatzierung Es heißt Hallo Das ist irgendein verkackter Nerd Begriff, das heißt eigentlich Werbung, da hat nichts mit Placement zu tun Genauso, wenn du sagst, du sollst jungen, ja heißt es ist trotzdem kein richtiges Wort Ja und? Aber jeder weiß, was gemeint ist Nein Okay, fast jeder Rise, was auch weiß gemeint ist, oh shit Das war kackt, oder was? Naja, sagen wir mal so, ich krieg ein bisschen mehr Damage als Damage Was? Ja, aber eigentlich können wir gleich nochmal rauf, ne? Ja, ich bin grad aufm... Ah, du für nicht Alter, was stehst du denn bei dem ab? Yeah! Schade Oder so, ich komm nochmal runter, oh, hier ist Twisted Fate Komm her Twisted Fate, du stunst sie nicht Ey, ehrlich verarschen, warum stirbt der Lapp nicht, Mann? Weiß ich nicht, vielleicht krieg ich ihn noch Ich glaub, es war irgendwie nicht dran, weil er wegkriegt Wie dumm das ist einfach, ne? Ribbon krieg ich mir keinen Schaden mehr, ey Check's nicht Ach, scheiße, ja, er läuft weg Ja, war ein Wort, oder? Mist Ach, maaan Das ist doch kacke Oh, du bist doch nicht beim Übelblatt Das lese ich doch gar nicht mehr Warum? Weiß ich nicht, ich hab irgendwie keine Lust mehr irgendwann mal gehabt Warum? Weiß ich nicht, hab ich doch gerade gesagt Warum hast du's gesagt? Genau, warum hab ich's gesagt, weil ich's nicht weiß Ja, aber warum? Das guckt mich gar nicht an, ich bin jetzt schon zweimal gestorben Oh, ich komme, ich komme, ich komme Scheiße Jo, der K6, äh, verfällt in Blutrausch Martin, ich komm hoch, ich hab Ulti und alles Ja, bringt nichts, ich bin fast tot Ich geh ja nicht mehr rauf Ähm, man muss es trotzdem noch mal probieren Sie ist gewordet, sie weiß, dass du da stehst Sicher? Ja Schade, ist nicht irgendwie Monster-Range Ich hab Ulti Mhm, genau Alter, das war knapp Passt doch Ja, das war aber richtig knapp Ja und, du hast nen Kill, ist doch in Ordnung Jo Hallo Äh Tf könnte runterkommen Ne, wirklich Ich sag schon Kann sich's, kann sich's doch Geil, Tf hat dafür gesorgt, dass der Gang im Arsch geworden ist Das ist doch gut Im Arsch geworden, vor allen Dingen Er wurde im Arsch Will die Dings nicht? Ah, okay Wer ist denn Idont? Idont? Janik, Janik! Ja Oh Mann, das war ein Go gewesen Ja, wieso, hier, jetzt Janik musste über den nicht vorhandenen Witz lachen Das ist, das ist schwierig Und bei Janik ist es halt die komplette Konzentration, äh, Konzentration, die dabei aufgebraucht wird Kontrason Kontrason Oh Mann Ist die englische Version von Konzentration Hört ihn, hört ihn Kann ich nicht, 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 kann ich nicht Vielleicht in zwei Jahren Nein, unnötig Ich konnte nicht hinspringen Äh, der Domle, kommst du mal hoch? Äh, ja, ich mach grad noch die Krabbe Aber sie weiß doch, dass ich hier bin, weil sie hätte hier gewordet Ich hab auf meinen Hinspringen gewartet Ja, und dann? Gehst du halt anders irgendwie Ja, das ist relativ schwierig Also ich werd die Krabbe hier noch machen Jetzt gehen wir eine verkackende Figur an Oh, Martin, Martin, wir kriegen sie Oh, ne, hier ist KZX, hier ist KZX Hilfe, Hilfe, Hilfe Camp irgendwie halt durch und mach irgendwas Ja, Dominik, wenn du von mir wegrennst, ne, dann kann ich da auch nichts machen Ja, sorry, ich hab versucht zum Tower zu kommen Und beide hätten es sowieso nicht geschafft, der KZX ist so fat Der hat 4-0, 3-0 hat er Das mag sein, aber wegrenn bringt auch gar nichts Ich konnte null helfen Ich wär auch so superschnell gestorben Ich hab nur überlebt, weil ich halt über die Wand geflasht bin Und erst mal hinterherflaschen und hinterher springen musste Du hast nicht überlebt, aber dann bist du tot Die Zeit, bis ich da überlebt habe Ja, und dann bist du gestorben Ja, aber ich wär auch so gestorben Wärst du auch so nicht schnell genug da gewesen Wenn du zu mir gekommen wärst, wär ich aber da gewesen Ja, das hätte aber nichts gebracht Ich hätte trotzdem nicht überlebt Und du wahrscheinlich dann auch nicht Das ist ja geil, wenn man so oder so stirbt Dann nimmt man immer die bessere Chance Immer Ja, aber ich hatte ja noch ne Chance Ich wusste ja nicht, ob er Flash-Ready hat, der Gegner Das ist KZX, er kann springen Der war schon vorher gesprungen Der war ja auf mich drauf gesprungen schon vorher Und dann bin ich geflasht Und dann? Ja, dann ist er hinterher geflasht Ich wusste ja nicht, ob er Flash hat Ey, oder ist rein? Nein Die machen übrigens gerade wahrscheinlich Drake Nice Genau, ey Hey, wo ist denn? Fick Ich komme, ich komme, ich komme Ich hab gerade cooldown auf Gu Bin aufm Weg nach unten, bin aufm Weg nach unten Den Lucien kriege ich Okay Okay, nice Ich bin noch aufs Desktop geflogen Oh, Vision Ward Sehr schön Hau wir weg Vision Ward Oh, macht ihr ja auch noch? Nice, good job Ich hab nur Schwein gehabt gerade, ne? Da sieht man wie schnell wieder aufs Cyko-Switch ins Spiel Wieso? Ja, weil ich gerade aufs Desktop geflogen bin Die River hat mich angegriffen Oh, ey, das ist scheiße Das könnte schmerzhaft sein, ja? Alter Schwier, ey Wir müssen mal den KZX irgendwie raushauen Der wird langsam doch echt gefährlich Irgendwie ist der Saut auch nicht geil, der kann den Tower nicht hochwerfen Genau Ja Das wäre krass auf jeden Fall Respekt, wenn er das könnte Das wäre ein bisschen Demarsier, ne? Ja Oh, oh Oh, das zu dir kommt der KZX Ja, ich hab's auch eben erst gesehen Warum, Alter? Alles kann Das ist voll richtig, ja Ja, aber das Ding ist, wir müssen einfach den am Ende rausfokussen Wir müssen den jetzt rausfokussen Wenn wir ihn am Ende rausfokussen, ist er schon fett Ohne Ende Ja, aber KZX ist wenigstens einer von diesen Charakteren, der wenigstens stirbt Im Gegensatz zu den ganzen anderen Lappen Irgendwie so Trünnermeer oder so'n Quark Obwohl Trünnermeer kann man auch noch wenigstens CC'n Janik, ich komm mal unten hin, lass mal den, lass mal die töten Okay, das war jetzt Das war jetzt mehr als ich eigentlich dachte Egal, ich hab Randoins, äh Ja gut Nice Ich dachte, der wär schon tot, weil er so schnell verschwunden ist Aber gut Yeah Oh, KZX, 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 KZX Und Janik ist tot Ich hab ihn noch CC'n Komm her Okay, rauf Der Spacken, der stirbt noch Haha, nice War das nötig? War das nötig? Was? Dass du noch so viel Schaden machen musst, dass jetzt Dominik dann den Kill bekommt oder du? Das ist zwar nötig bei Janik, das weißt du doch Hey, ich bin einfach nur nochmal raufgesprungen Ja, warum? Du hättest dein Assist bekommen, man Hm... Dominik hat den Kill bekommen Ja, weil du Schaden gemacht hast, sonst hätte ich den bekommen Ja, okay Ist doch jetzt egal Nein, das ist scheiße, weil ich einfach nur Tuckstats hab Und ich bin nicht Ash Ich kann nicht irgendwo n Pfeil reinschießen und krieg einfach n Assist Ich bin Miss Fortune, ich muss was tun Oder so Kannst du was nötig reinschießen Oh, TF kommt irgendwo hin Hm, da ist er Oh, und Rivenpush ganz schön top Da muss ich mal kurz unterbrechen Ah Ich muss mal kurz top halten Hm Ja, ja Verdammt Tja Riven, mich kannst du wahrscheinlich eher nicht Tower Diven Oder? Hat die krasse Stats? Hm, vom Schaden her kann sie das Ja, aber ich CC sie einfach die ganze Zeit während sie unter dem Tower steht Naja Was sollte machen? So, ja, geil Pass auf Kassix, komm zu dir hin Zu mir? Ja Ich glaube Das ist nicht gut Ich hoffe mal dass... Weil die Riven ist auch grad von der Lane runter Also ich könnte mir vorstellen, guck mal beide zu mir Lass auf jeden Fall Riven Lauf nicht wieder weg Lauf zum Blue-Buff, wenn sie den machen Und dann komm ich da hin gesprungen Ja, die kleinen kann sie ruhig haben Ah, nice Komm, komm, komm Ja, ich bin ja auf dem Weg Ja, ich bin ja auf dem Weg Muss ich hin Ja, weg Scheiße Egal, lass Blue-Buff machen Ich darf schon mal den Drachen Mann Wurde mir das K6 jetzt zum Champ, der kann ihn alleine machen Sonst wenn er so fett ist Willst du ihn haben, oder zu ich? Ne, ich brauche ihn Okay, dann nehme ich Ich brauche ihn zwar auch nicht unbedingt, aber ich sollte mal Mitte halten Okay, Mitte der Tower ist weg Okay, Mitte der Tower ist weg Da kann ich nichts machen Oh mein Gott, oh Gott, der macht ja richtig Schaden Der hat 6-1 Was? Ne, ne, nicht der K6 Wer dann? Äh, TF Der wird grad in ne Karte reingeworfen Der K6 macht so viel Schaden, der macht doch Schaden noch bei Dominik, wo er hier unten ist Ja Der übertreibt richtig Ey, nicht rein? Anscheinend nicht ja nicht Ja, zähl von mir, egal Hi Ich kann nicht springen, sorry Ja Oh Und ich bin tot, klasse Och Ist das räudig, Mann Was ist denn los, warum sind alle hier unten? Äh, ja Es sind alle unten, Mann Kannst du nichts auch noch hier? Es sind 5 Leute unten Digga, ich spiele keine Missforschung mehr, Mann Das bockt mich, Alter Das bockt mich, Alter Das ist so, die Konzentration bockt mich überhaupt nicht an Oh, ich könnte hier unten ein bisschen Hilfe gebrauchen Obwohl, bis jetzt ist nur die Riven, das geht noch Du könntest unten Hilfe brauchen, dir nicht? Naja, im Moment bin ich ja nur ich und Ja, stimmt, wir sind scheiße, ne, wir sind nicht unten, Alter Das hab ich damit nicht gesagt und das wollte ich damit auch nicht sagen Also, liebe Zuschauer, merkt euch, wenn die Botanke stirbt, ist sie scheiße, sie ist nicht unten und die Dörner muss verteidigen Das hab ich nie gesagt Ja, nec, da gehen wir rauf Ja, auf jeden Fall Ah, ich häng an den blöden Minions fest Ich wollt grad sagen, wenn du mal um die Minions rumgehen würdn könntest Oh, shit! Oh, shit! Dann krieg ich die Towers weg, ne? Ja, ja, ja Ich kann gleich flashen und grabben Auch nicht, wenn die Minions davor stehen Ich hab ihn! Good Job! Nice! Sorry, ich bin nur ran gesprungen Du musst dich jetzt nicht für jeden Killer entschuldigen, oder? Hm Oh, wo ist noch was anderes? Sicher, sicher Das ist nicht die Situation, das ist kein Ding So, ich geh back Ja, ne, du sollst da weggehen, die hatten da eben noch einen Ward stehen Da wird der Kha'Zix oder irgendjemand gleich hinkommen Ich glaube, der Kha'Zix war grad im oberen Jungle Ja, gut Aber irgendjemand anders könnte trotzdem da hinkommen Ich hatte einfach 3400 Gold, warum auch immer Weil du Gold gekriegt hast? Verkauf es! Ja, ich verkauf das Gold Oh! Es gibt doch immer diese tollen Gold-Seller Da kann man doch immer sein Alt-Gold hinschicken Wo ist der Red? Da ist der Red Hau drauf Anspawnt der Drake in... Fast 3 Minuten Gut, das dauert noch Das dauert noch Oh ja, das ist ne gute Idee, lass mal unten hin nochmal töten Das geht doch Ich hab Kha'Zix an mir Ich hab Kha'Zix an mir Oh oh, ja, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir Komm her Junge, komm ran Sehr gut Den kriegen wir auch noch Nice Janik, werf ihn nochmal hoch Los! Egal, der stirbt Nice Wollen wir den nächsten auch noch gucken, ob wir den kriegen? Aber schön, wir bei Tate, Martin Wir müssen gleich ein Speed-Up bekommen jetzt Die Oriana ist aber auch so süchtig ohne Ende, ne? Ja, bisschen Aber wir ja auch, also Hat grad die Kröte den Minion eingelog, oder Martin? Keine Ahnung Vor allem macht die Oriana gar nicht genug Schaden Leute, bleibt mal da stehen, Riven ist hier Die denkt bestimmt, sie kann mich holen Ja, ich hab aber keinen Flash in Ruhe zu kommen Ich bleib mal nach der Wand Dann steh Pablo da dran STEM screen Auf, darauf, 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 darauf! Wie denn? Ich hab doch keinen Flash Janik hat drauf Scheiße, Mann Kegel, bist irgendwann nach links und das wärs gewesen Komm her Ei, Scheiße, meine Ulti ist zu spät ready geworden Hier, Scheiß- resurrected Ich hab ihn nicht mehr bekommen Ich war die ganze Zeit gestunt oder irgendwie hing fest Voll nervig Ihr habt der Riven grad einen Triple geschenkt, ich glaub's nicht Ja, da war ein bisschen kacke Das waren ihre ersten Kills. Kein Kommentar, kein Kommentar. Ach man. Ich möchte nicht sagen, aber... Ja, so gut. Die hat die Hydra, okay. Ich glaube der KZX will mal mit ein bisschen reinpushen. Ja, das brauchen wir nicht versuchen. Ich push mit ihm zurück und dann ist gut. Okay, ich hole mir Blue. Blue, 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 Blue. Ich habe die Befürchtung, dass die beim Blue rumstehen. Naja, der KZX ist noch unten. Okay, alles gut. Oh, hier sind sie, hier sind sie! Äh, ja, da komme ich jetzt so schnell. Martin hat sie gefunden? Ja! Sehr effektiv ist hier im Fall. 4 Leute sind da. Das weiß ich auch nicht, was ihr gemacht habt. Ich wollte einen Ward stellen. Boah, der Damage! Du hast dich aber selber gestellt müssen. Was? Du hast dich aber selber gestellt. Ja, ich hab den Seger gesagt. Er spielt halt MF als nur Ward. Oh, so eine Scheiße. Ich denke so, geil, ich bin jetzt mal schlau, gehe so ganz an die Golems ran, stell den Ward hin und Flash runter. Ah, da stand noch ein Kack. Ja, Riven hat 5-1, Alter. Die hatte 0-1-1, jetzt hat sie 5-1-1. Auch. Das ist nicht gut. Ja, Martin, hättest du ja nicht feeden sollen. Ich hab's gefeedet. Martin, wieso hast du Riven gefeedet? Ja, scheiß Toplaner. Ich feedet dich gleich, ja, aber mit irgendwas anderem komischem. Mit einem Selbstfräser ins Gesicht. Mit einem Selbstfräser ins Gesicht. Ich glaub, er meinte was anderes. Randa! Bin aufm Weg, bin aufm Weg, bin aufm Weg. Ja! Nanananananananananana! Oh, hier ist die... Oh Mann, ich hatte ja eben fast die Riven bekommen. Das ich das überleben soll. Lass mal Joden ein bisschen pushen. Ja, aber auch nur, weil ich ihn gestunnt hab. Ja, danke, Madi. Pushen! Hier, Dragon oder was? Dragon, ja. Ja, stimmt, Dragon ist gut. Dragon? Dragon ist sehr gut. Ich habe Smite up. Guck mal, guck mal, ich hab was gesetzt und ich hab's unterliegt. Ja! Guck mal, ich geh mal bitte näher ran da. Äh, ja. Also näher ran geht jetzt nicht. Guck mal, guck mal, ich hab was gesetzt und ich hab's unterliegt. Ich steh in ihm drüben. Der ist auch okay, aber weil es tank ganz hinten zu stehen ist ein bisschen komisch. Ja, das liegt daran, dass meine Range länger ist als deine. Weil der Anker halt größer ist. Als so'n Speer. Meine Reichweite ist länger als deine, hast du verstanden? Ja, ich hab mehr Reichweite. Ja, mehr, nicht länger. Ich hab längere Reichweite... Riven top, Riven top! Jo. Sollen wir mal aufhalten, die Push-Tampeln. Böschchen. Ich helfe Odos so lange hier in der Mitte. Dann können wir den Ding des TF töten. Oh, der macht Schaden! Nö. Den krieg ich! Er hat nur Lich Bane und so. Ist auch so extra behinder. Aber ich merk schon, Dominik wollte nicht loswerden. Ja, was kann ich denn dafür? Du bist Jungler, du kannst immer was dafür. Achso, ja stimmt, der Jungler ist immer schuld. Sorry, hab ich vergesst. Weißt du doch, Alter. Ist doch standard. Ist nur der Gegner Nummer 1. Report Jungle. Report Jungle, genau. Ja. Ja, wir reporten in den Jungle. Aber Odos hat's gerafft. Odos hat's gerafft. Mann ey. Hä? Achso. Ne, Nasher ist jetzt da. Ja und? Er steht trotzdem nur rum. Das stimmt. Und? Janik ist tot. In 3. 2. Janik, da hat man doch gesehen, dass da 3 Leute hinrennen. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ne man, ich geh K6 killen. Ja pfff, genau. Lauf von einem starken Gegner in den nächsten. Vor allem ist full life. Vor allem sind hier 3 Leute von uns. Ist ne super Idee. Ja, von denen sind aber auch 3 Leute. Und ich mach nicht wirklich viel Schaden. Okay, komm her Junge. Oh, fuck. Das war ein bisschen außer Range. Geil, der Rap-Buff ist ja immer noch hier. Ist schön für ihn. Hat noch keine Zeit ihn zu machen. Oh! Ja, sorry. Da konnte ich nicht wirklich viel tun. Okay. Und die anderen waren auch immer noch hier. Ja, ja, ne. Oh, oh, oh. Alter, machen die Schaden. Ja, die sind zu dritt und wir sind nicht mehr zu dritt. Ja, trotzdem. Die machen ordentlich Damage. So, da brauch ich... Alter, wirklich in Amerika hatte Son Goku keinen Heiligen Schein, sondern nur leuchtende Kugel überm Kopf, weil das zensiert wurde, Mann. Was? Was zum Teufel? Warum? Und dann sind auch diese beiden großen Schwacken, diesen blauen, diesen roten in der Hölle, die hatten auf ihrem T-Shirt hell stehen. Ja. Das wurde zensiert in pff. Fll. Was soll das heißen? Fll halt! Aha. Martin schlägt ihn gleich mit seiner Ulti alleine schon. Oh, oh, oh! Das meine ich ja! Ich hab nur gesehen, er stellt sich genau in die Mitte von der Ulti rein. Boom! Ja, aber er ist schon da gewesen, er wollte mich noch bekommen. Ja, und dann als ich... Auf dem Bangel gehabt, dass das ist noch ein bisschen länger dauert. Der wäre ja dead gewesen. Wollen wir die Riven oben töten, weil die will gleich wieder pushen. Da wäre so RIP gewesen, ja. Lass ihn mal wack Riven. Wack Riven. Wack Rippen! Riven. Ah, jetzt verstehe ich bei Beyblade auch. Let it rest in pieces. Ja. Ich glaube, sie hat uns gesehen. Nein. Überhaupt nicht. Ja, das ist zu dritten Ward clear. Ja, ich komme auch noch. Dann sind sie zu viert. Ja, aber das wurde schon weg. Ist mir egal. Das wurde schon weg. Spring rein. Spring rein. Spring rein. Ja, ich kann nicht reinspringen. Alles klar, Martin. Wo soll ich denn reinspringen? Ich habe nichts zum reinspringen. Ist mir egal. Spring einfach irgendwo hin, Mann. Martin hat jetzt einen Long-Range-Stun. Ja, mein Stun ist mit meiner Ulti gekoppelt. Das wäre cool. Aber stell dir vor, Pantheon kommt ja nicht von oben so von der Seite angeflogen. Ja, geil. Guck dir das mal an. Den kriege ich. Hallo. Oh, auf den K6. Auf den K6. Wo ist der hin? Ich hasse K6. Oh, nice Ulti. Wir sollten nicht unbedingt unseren Tower fighten, oder? Obwohl, geht eigentlich. Ja, das stimmt aber. Geht eigentlich. Ach. Haben sie ziemlich platt gemacht. Na, die Ulti hat alle getroffen, Mann. Dominik, kannst du nicht mal vielleicht einen Ticken mehr sagen? Du doch. Ja, das ging aber. Er wäre schneller gestorben, wenn du es gesagt hast. Ach, easy. Easy. Wenn du siehst, wenn du es machst, dann gehen wir auf ihn. Ja. Können sie sonst auch so auf ihn gehen, finde ich. Ja, dann wenn du ihn huckst. Ich huck ihn. Sehr schön. Ohohoho, hier lucht er da. Ah. Er wollte gerade noch wegspringen, ja, ja. Ja, ich würde sagen, ähm, weil wir zusammenspielen, vernichten wir einfach nur. Ach, TF willst du auch nochmal. Oh, nee, schade. Ich verspringe nicht mehr. Er hat mich leider mitten im Grab gestorben. Oh. Ich war süchtig. Bisschen. Ja, du warst aber richtig süchtig, Mann. Das war nämlich ein Power, der dich eigentlich getötet hat. Okay. Töten, töten, töten! Ah, ich bin gestunt, ich bin gestunt. Ich krieg ihn. Töten, töten, töten! Egal, Martin hat geregelt. Sehr schön. Ach Dominik, ähm, Martin, du hättest Dings einsetzen können hier. Deine Fähigkeit. Active von Hydra's Hydra. Hab ich doch. Hättest du nochmal machen können. Nein, setz dich einfach durchgehend ein. Mach einfach die ganze Zeit nur das Ding. Ja, ja. Ab die Zeit nach zwei Sekunden oder so. Ne, zehn so ich. Als du es gerade gesagt hast, stand der Coole dann auf zwei Sekunden. Das ist richtig. Wieso, Alter? Wieso hast du das dann nicht gemacht? Äh. Weil der Coole auf zwei Sekunden stand. Ist egal. Egal, ich hatte wieder irgendwie 2500 Gold. Das war wieder so eine We-Kill-Alles-Session. Ich habe den Ball. Ich habe den Ball. Ja. Ja. Dann kommt Drake wieder. Drake kommt in 16 wieder. Lass den mal machen. Jo. Labe nicht rum, er kommt in 12 wieder, Mann. Janik? Zehn. Ja gut, das war jetzt cool. Nein, zwei. Eins, null. Er ist da. Was redet ihr hier, Lapp? Das ist da, Mann. Echt, ey. Oh, der TF kommt gleich. Ich bin auf dem Weg. Oh nein. Egal, lass ihn kommen. Die kommen alle gleich wahrscheinlich, aber. Egal, schmeißen wir so einen Schaden. Da sind Riven, da sind sie alle. Da kommen sie alle mal. Oh, auch nicht. Egal, wir töten den hier jetzt erstmal. Und jetzt töten wir den da. Komm her, Junge. Und jetzt töten wir den da oben. Ist mir egal. Oh. Oder die Riven. Ja, ich wollte mich gerade umdrehen, um sie zur Not zu CC'n. Zur Not zu CC'n? Der Not CC. Weißt du, einige haben eine Löschwerke oder so. Dominik hat einen Not CC. Ja. Das ist der Anker in die Fresse rein. Das ist der Not CC. Da steht aber Not zu CC. Ja, ich weiß. Nein, Martin, du hast ihn nicht. Ja, okay. Ja, äh. Oh, da ist die Riven. Lass mal die Riven töten. Oh, nee. Obwohl, lass einfach Mitte pushen. Lass pushen, ne? Wenn sie zu viel pushen, dann pushen wir in sie wieder. Ops. Wir pushen die Riven. Push the Riven. Push the Riven. Noch jemand? Push the Riven. Ist er auf Kau, oder was war mit ihm? Ich habe keinen Assist bekommen. Er stand aber und war bis geplatzt, ey. Ja, ich tank gerade, alles gut. Jetzt habe ich einen Assist bekommen. Genau. Er hat jetzt erst den Assist für den Kill von vorhin bekommen. Riven pushed. Ja, und? Report die Retards. Ja, alle Retards reporten. Komm her, Junge. Komm ran. Hä? Achso, ja, das war wieder das mit dem... Egal, ich tank so lange den Tower. Klar, das war ein Luschen, würde ich mal so sagen. Ich tue Glück nicht tankig. Das war wieder das mit dem ich tank so lange den Tower? Ja, das mache ich ja dauernd. Da ich das überlebe, ist das ja auch gut. Komm alle zu mir, kommen alle zu mir. Ich stehe neben dir. Oh, das denkt sich Minions sind so eindeutig, einfacher zu machen. Hey, Riven von hinten. Oh, ich wurde gerippt. Ich habe ihn tot geschmeitet. Digga, immer auf mich? Ah, ja. Ich bin tot. Das ist nicht, Alter. Die hatten so ein bisschen Bock auf dich. Ja. Oh, da kam der OCC woanders hin. Spring in the wall, einer. Spring in the wall. Ja, ich bin tot. Oh, Riven stirbt noch nicht. Nee, schade. Riven stirbt noch nicht? Ja. Ja, noch nicht. Ja, 2000 Gold. Wo kriege ich das immer her? Beschwerde ich doch, Alter. Ja. Öh, ich will Spielzeit. Auch auf der Arbeit, schon wieder 2000 Euro. Wo kriege ich das denn her? Ja, echt. Ja. Das heißt, ich hätte eben ein Schild aktivieren können. Warum habe ich das nicht gemacht? Öh, Spielzeit. Öh, ich habe verkackt. Spielzeit. Nein, Gleitzeit. Aber das ist krass, oder? Wir haben eben oben gestanden, die bei den Towering klatschen. So Minions sind einfach nur noch da die eine Wave. Mehr ist da nicht. Ja. Spielzeit, okay. Gleitzeit. Gleitzeit, ja genau. In der Lehrwerkstatt gibt es keine Gleitzeit mehr. Wusstet ihr das? Ja. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt noch Gleitzeit, oder nicht? Nein. Nee. Aber die haben halt feste Anfangszeiten und Endzeiten jetzt, ne? Aber trotzdem gibt es keine Gleitzeit. Ja, da ist Gleitzeit dann irgendwie ein bisschen sinnlos. Nee, nee. Das Gleitzeit-Tensor ist 10 Minuten, oder so. Wuhu. Da kommen übrigens ein paar Leute zu dir, Martin. Oh. Oh, doch nicht. Ich dachte, die kommen zu dir. Ah, da ist er. Martin ist hier. Da haben Busch den Ziel. Da hat keiner gewartet. Ja, rein da. Den kriege ich. Oh, oder auch nicht. Nein, Hilfe, sie sind bei mir! Oh. Oh, okay. Das war nur Riven, nicht alle. Egal. Egal, mein Riven heißt CHNCR3. Also zählt die auch für 3. Oh, sie ist da rüber gesprungen. Krass. Wir sollten vielleicht mal irgendwie... Was ist mit der Orianna? Ist die behindert in the head? Alter! Ja, die Riven trollt mich grad hart. Ist verarschlich des Todes, Mann. Ja, ist echt übel. Ich helfe lieber den anderen. Martin kriegt das schon locker hin. Nein, war Ulti. Endlich. Höh, kein Assist! Was soll das? Du bist weggeplatzt, was erwartest. Nein, ich bin gestorben. Ja, er ist ja gar nicht hochgeschmissen oder so. Ne, überhaupt nicht. Oh, ja, ja, nix toll. Da konnte ich nix mehr tun. Äh, Noob Dominic! Nö, ich hab schon wieder was vergessen. Was ist das Schild dazu? Äh! Komm her, KZX! Oh, oder auch nicht. Blöd Mann. Egal. Aber was gut ist, ich hab langsam diesen Punkt erreicht, wo müssen sie mir einfach überhaupt keinen Schaden mehr machen, fast. Sehr gut. Scientist newly discovered a new ice cream that doesn't melt in heat. Schön. Das ist bestimmt richtig viel Chemie drin. Das ist bestimmt einfach nur Schaumstoff oder so. Hm, lecker, das neue Eis! Schaumstoffgeschmack! Nimmt sich so ein Becher, packt da Bauchstum, Schaum rein! Ja, ihr Eis! Ja. Noch in dem Mund. TF kommt irgendwo hin, zu Martin. Jetzt macht Martin TF platt. Yo, destroyed! Hast Team Deterage! Ne, schade, doch nicht ganz. Naja. Die kommen noch weg. Jetzt kommt kein 6, jetzt geh ich aber auf, weil ich hab nämlich keine Mana mehr. Ja, ich komm hoch. Auf meinem Weg. Geh ich hin? Weiß ich nicht. Oh, ein Wort. Ein Wort. Lass mal ein Nashor machen. Ja, hab ich mal vorher noch kurz die Krabbe. Krass. Warf des Todes, oder? Hä? Da. Irgendwie ist manchmal die Krabbe zwischendurch verschwunden, das find ich nervig. Ja, rauf da. Smiles hab ich auch ab, sehr gut. Ja, genau. Perfekt. Ich schau mal, das ist 900, okay. Ha! Janik hat keinen Assist bekommen. Noob! Ja, deswegen flashe ich mich jetzt über die Wand. Okay, lass den K6 töten. Oh, erstmal töte ich den Red Buff. Auch gut. Na, Smiles! Nein, hab ich gar nicht mehr. Oh! Ah! Den krieg ich noch! Oh! Ah! Der wird mit seinem Scheiß-Stun, ey, ganz ehrlich. Red Buff! Das sah sehr geil aus. Ich errette dich! Jawohl, ich leb noch! Ich rette dich sogar wirklich, ist vollgut. Ja, macht nix. Das sah sehr schön aus, Martin. Geht weg, ihr Lappen! Ja, geil, schön aufgritten Kackd. Komm, lasst mich doch einfach in Ruhe, wie lange ich einfach überlebe! Die haben einfach komplett in 9 Sekunden nur auf mich eingekloppt mit allen Fähigkeiten, die sie hatten. Mario, bis da? Ich glaube der KZIX hat auch wenig Mana inzwischen. Obwohl, nee gar nicht. Ich glaube ich hole mir jetzt Infinity Edge, einfach weil ich es kann. Ich hole mir jetzt Warmox. Dann bin ich nämlich noch unsterblicher. Ich habe ihn gleich. Okay, der ist tot. Ah, schade. Das KZIX, das KZIX. Nee, Mario, komm, lass, lass ihn. Ihr könnt eurer Finition theoretisch. Der wird wieder Otis. Er hat verkackt, er hat einen Minion abgeworfen. Er wird Otis. Er hat einfach einen Minion gestunt. Ganz Lennemi has spent 1. Wir haben versucht Top zu pushen. Klappt auch gut gegen Super Minions. Mario, willst du kurz tanken? Ich hab... achso, ja. Ich bin on my way. Ich muss noch einmal Ritze durch. Achso, den willst du meinen zu tanken? Waaah, Alter. Warte, 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 warte. Martin, ich glaube das ist gerade keine gute Idee. Ja, ich sehs. Bin auf dem Weg. Ich glaube ich komme aber nicht rechtzeitig. Was macht ihr denn da oben, ey? Vielleicht noch um die Orianna zu retten. Ahhhh. Auf den Kopf, Junge! Na gut, dann geh ich halt. Ja, Riven ist bei uns gleich Top durch, man. Ich bin komplett ignoriert. Ja, ist egal. Ne, wird nix, oder? Ah, doch. Ne. Junge, du kommst nicht an die Ragen. Eigentlich, erste verkleidete Tower ist einfach nicht an. Ich check's nicht. Ah, sie ist tot. Alles von Martin? Ja. Warum bin ich noch tot? Was soll die Scheiße? Weiß ich nicht. Ich fand die Aktion gerade lustig, wie lange die uns einfach verfolgt haben. Uns sind beide gestorben, und bei uns nur einer gestorben. Und ich bin full equipped. Hm, Trank. Ja, mehr Schaden an Towern. Ich bin ein bisschen groß. Nö. Ist das der, der größer macht? Nee, bist du nicht. Oh ne. Egal. Die sind alle Mist, ne? Jo. Der nächste tot. Ach, es sind immer auch drei Tore. Ja, wie gesagt, ich hab eben zwei getötet. Zusammen mit der, äh... Hat irgendjemand auch Baron noch nie, ne? Nee, leider nicht mehr. Da ist TF. Fisted Twill. War hier nicht gerade auch einer? Ja, tot. Oh, ich hab verkackt. Ich krieg gerade seine Stuntkarte raus. Theoretisch kann man raufgehen. Wenn ich mal rankommen würde. Zu viele Lappen hier. Lass mal die Bomben pushen. Okay. Oh, naja, scheiße. Jetzt hab ich mal ne Ulsch schon gemacht. Egal. Ach, ist unten pushen. Du warst einfach schön gechillt. Jujo. Oh, da ist sie. Oh, 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 oh! Bin aufm Weg. Da kommen uns ein paar Leute hinterher, ne? Ich weiß. Lass einfach unbedingt töten. Okay. Ich bin geschütternd. Alles gut. Oh, da ist sie Riven. Bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Der macht ja richtig viel Schaden. Ey, ich kann nix tun, man. Diese Tusse will nur nicht töten. Ey, das ist doch lächerlich, man. Ja, sorry, ich hatte nix mehr. Ich krieg da auch niemand anders kaputt. Das gibt es doch nicht. Ja, klasse. Lauf doch mal. Ne, dreh dich um, dreh uns rum. Okay. Ja, ich bleib genau da stehen. Alles gut, alles gut, alles gut. Erst die Riven und dann den anderen. Ich hab keinen Mana mehr. Okay, erst den K6, erst den K6, erst den K6. Der klatscht uns noch, man. Wir klatschen uns noch, das gibt's nicht. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Geht doch einfach alle weg. Ja, ich hatte keinen Mana mehr. Das war's du. Geht doch einfach alle... Ich hab die ganze Infinity Edge auf die Gegner zu drücken. Ich hab die beiden vertauscht, Infinity Edge und Blade of the Ruined King. Das ist natürlich nicht so gut. Na, jetzt push die Riven-Bot, ey. Kack. Ja. Das ist scheiße. Egal, ich hab Homeguards. Ich krieg sie nicht. Ich könnte sie kriegen. Ah, ich will nicht greedy sein. So, wir müssen jetzt mal die beiden anderen Tower-Plug kriegen. Sonst pushen sie nicht. Ja, und am besten auch die Inhibitoren. Das Ding ist, die haben eigentlich nur noch den Nexus. Theoretisch können wir auch einfach finishen. Aber das... Ja, natürlich. Aber mitlehn kann einfach durch. Also da kommen die nicht so schnell weg. Aber top und top. Die hat da die ganze Zeit gekennt, diese blöde Schlampe. Macht die schon die ganze Zeit. Gott. Ich weiß nicht, was ich eigentlich... Eigentlich, da ich ein neues Fortune-Spiel, ne? Okay. Müssen sich eigentlich das hier anmachen. Oh Gott. Leute, da sind ein paar viele. Ja. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja klar. Hier. Den einen töte ich auf jeden Fall. Komm vor links. Oh, ich töte ihn doch nicht. Krass. Einer musste runterkommen. Ich griff ihn nicht. Ich kann mehr reden. Egal. Riven nicht alleine. Ich tot. Ja, ich kann dir grad schlecht helfen. Janik, warte auf mich. Dass du nicht auch alleine Riven tot. Nee. Das krieg ich nicht hin. Ah. Blöder Flash. Weg. Komm weg. Weg 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 weg. Ich will doch die Minutes hier nehmen. Riven kommt zu euch. Ja, weil sie... mir keinen Schaden machen. Bin aufm Weg. Bin aufm Weg. Bin aufm Weg. Oh, oh, die geht zu dem... Ach, scheiße. Die geht zu dem und macht den tot. Achso. Oh. Ops. Gut. Hat der Twist & Factor ein Ulti gemacht, als er tot war? Nee, er hat die Ulti gemacht, hat sich dahin geportet und unsere Dings hat ihn instant... Ja, der ist einfach zu krass gewesen. War nicht so... Die LOL-Taten. Da ist KZX irgendwo? Ja, ja, ja. Ich hab dich gar nicht verstanden. Äh, ich hab gefragt, ob ich die Minutes haben kann. Achso, ja. Das erklärt, wo ich dich nicht gehören. Äh. Das ergänzt... Du wolltest mich einfach nicht hören. Okay. Das erklärt einiges. Machst du nochmal, Omni, mir den Zweck. Dann mach ich hier unten nochmal. Dann haben wir ein bisschen Puff. Ja, ja. Dominik, hier 12. Ich weiß. Meinetwegen können wir da rauf. Die sind alle da, passt auf. Ja. Hä? Nice, sie ist weg. Okay, machen wir den meinetwegen auch erst. Ich dachte jetzt eigentlich eher an KZX, weil der macht mehr Schaden. Scheiß drauf, wenn ich... Kriegst du den alleine? Ja, ne? Ja. Gut. Oh, 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 da kommen Leute zu dir bestimmt gleich. Zu mir? Nein, nicht zu dir, zu Yannick. Yannick spackt wieder rum. Hä? Hauptsache. Dieser scheiß Disrespect. Disrespect. Oh, wir können hier noch den... Na, egal. Ne, lass. Martin? Wollen wir wieder machen? Ich wollte eigentlich nicht beim Baron rein. Lenk dich mal weiter ab, Martin. Ich mach den Baron. Warte auf mich, Warte. Warte auf mich. 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 Nicht schlimm. Komm her. Äh, es sind alle Mist, aber ich glaube nicht, dass die da hinkommen bis jetzt. Ist die Scheiß, ja, man guckt dir anderen, wer den Schaden hat. Wenn ich die ein bisschen O umco vex Er ist tot. Er wollte sich nicht einfach hierhin porten. Nene, er wollte sich irgendwo hin porten, damit er nicht stirbt. Er wollte sich da hin porten, ich hab's gesehen. Kann sein. Auf jeden Fall wollte er sich irgendwo hin porten, damit er nicht stirbt und hat verkackt. Das sah auf jeden Fall geil aus. Er portet und sackt in sich zusammen. Das war echt scheiße knapp mit dem KZX-A. Lass einfach Riven-Bot klatschen. Oder lass einfach durchgehen. Das ist irgendwie bisschen sinnvoller. Ja, Riven portet sich top. Riven portet sich top, Alter. Ja, nice. Schönes Game. Schönes Game. Ja, nun check ich nicht. Die Riven hat so schnell irgendwie statt 0-1-1 plötzlich 8-1-1 gehabt. Ja, das war wegen der Wattline. Die war ziemlich scheiße. Ja, die Wattline war echt kacke. Muss ich ja sagen, ne. Kann ich sogar nochmal auf die Stats gucken. Ich hab mir eben nochmal schnell was so eingerichtet, dass ich da ne Szene habe für... Mach mal nicht so ne Szene hier. Ne, man muss ja bei, äh... Ich hab den losen Damage bei uns gemacht, Mann. Ich glaub's nicht. So. Jetzt kann ich nochmal die Stats sehen. Ist das geil, Alter. Ich will mal kurz gucken. Damage stellt die Champions. Ich hab mehr Schaden gemacht als Otis. Die Champions. Jeder hat mehr Schaden gemacht als Otis. Achievement. Ja, nice. Imagine. Yeah. Jenns. lichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bye. Tschüss.